Papi, komm heut nicht so spät, ja? Ja, ich komm bald. Und bringst du mir auch was mit? Vielleicht ne Kleinigkeit. Au ja, was Spannendes! Und was zum Spielen! Und Schokolade! Aber das sind ja gleich drei Wünsche auf einmal. Das geht nun wirklich nicht. Das geht nun wirklich nicht. Doch, mit Kinderüberraschung. Das ist Spannung, Spiel und Schokolade. Alles in einem. Ja, richtig. Mann, Papi, Kinderüberraschung! Danke! Ja, Kinderüberraschung erfüllt drei Wünsche auf einmal. Das ist Spannende.